In unseren Videos zu FileMaker Pro geht es in der aktuellen Ausgabe um Schlüsselerlebnisse und insbesondere geht es um Mehrzeilenschlüssel und Zwischentabellen. Sowohl Mehrzeilenschlüssel als auch Zwischentabellen sind erweiterte Möglichkeiten in der FileMaker-Programmierung, worüber sich dann verschiedene Datensätze verknüpfen lassen auf eine andere Art, als das meistens gemacht wird. Schauen wir uns zuerst die Standardmöglichkeiten an. Das würde so laufen, dass beispielsweise in einer Adressdatenbank verschiedene Kontakte auf dieselbe Adresse verweisen oder, anders gesagt, eine Adresse hat mehrere Kontakte. In der Datenbanksprache würde das dann so heissen, dass ein Primärschlüssel einer Tabelle, also die einmalige Kennung einer bestimmten Adresse, als Sekundärschlüssel in einer anderen Tabelle, beispielsweise Kontakte, aufgeführt wird. Alle Kontakte also, die eine Eigenidentifikation haben, erhalten in einem separaten Feld noch einen Sekundärschlüssel für die Adresse, wo sie dazugehören. Und sobald diese IDs aufgeführt sind in beiden Tabellen, lässt sich zwischen beiden eine Beziehung, eine Relation erstellen. Die Standardverknüpfungen in FileMaker sind sogenannte 1 zu n Beziehungen. Eine Adresse zu vielen Kontakten. Natürlich kann es auch n zu 1 heissen. 1 zu n Beziehungen, das sind die einfachste Art von Beziehungen, die man in FileMaker erstellen kann. Und heute werden wir reden über etwas anderes, das sind sogenannte n zu n Beziehungen, nämlich dort, wo viele Informationen zu vielen anderen Datensätze verweisen. n zu n Beziehungen, die funktionieren genau gleich, aber man wendet ein paar Tricks an, damit das sauber funktioniert. Was kann man machen, damit man mehrere Verbindungen auf einmal darstellen kann? Es gibt zwei Lösungsansätze. Das erste ist ein sogenannter Multiline Key oder ein Mehrzeilenschlüssel. Das zweite wäre eine Zwischentabelle. Beide Varianten werden wir uns in den nächsten Videos anschauen.